Und jetzt will ich mal zeigen, wie man eine Mou findet. Achtung, da muss ich jetzt meine Kamera ein bisschen an der Stelle platzieren. Ich hoffe, dass die da stehen bleibt. Hier ist es noch. Na, alle, bleib stehen. Auf dem Amaturenbrett. Können ihr mich alle noch sehen? Ah, ja. Das ist so wirklich immer geil mit dem Nabinger, gell. Ich zeige noch mal die Flasche da. Müllermilch, die schmeckt, weil es Kräfte weckt. Sie müssen nur das Nibbelchen durch die Lasche ziehen. Hat der Maidkrieger immer gesungen. Na komm, jetzt mach es nicht so spannend, die Zeit läuft. Guck mal, das geht aber schlecht auf, Herr Müller. Da müssen wir mal dran arbeiten, da. Guck mal, das zerbrecht in alle Tälen. Die Hülle da außen rum. Heide neu. So, der obere Rand ist ab. Und wir gucken noch mal, die ist original verschlossen. Und jetzt will ich es euch mal zeigen. Uh, jetzt hat die Kamera gewackelt, weil ich mal Popp es ein bisschen bewegt habe. Geschmacksrichtung Erdbeer. Und da, fünfmal Finderlohn, 50.000 Euro. Müllermilch, die schmeckt, weil es Kräfte weckt. So, und jetzt geht es los. Achtung. Jetzt kommt das Mou. Oh, leider nein. Und da ist halt Milch drin. Vielleicht ist das Mou ja noch da in der Flasche. Aller, wir werden es erleben. Gucken, fünfmal 50.000, vielleicht kommt das Mou raus. Wann ist das jetzt Leertrink? Leer. Aber kein Mou. Oder habe ich es runtergeschluckt? Ich gucke mal rein. Nichts zu sehen. Achtung. Vielleicht muss ich das Mou ja da selbst produzieren. Muuu. Ne. Gibt auch kein Echo, kein Mou drin. Leider nichts. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Und ich hoffe, ich habe noch ein bisschen unterhalten. Schöne Grüße an der Herr Miller. Ihr schön gewonnen. Finde ich die 50.000. Fest versprochen. Aller ihr Leid. Machen es gut. Euren MLN von der Palz. Müller-Milch, die schmeckt, weil es Kräfte weckt. Hohoho.